Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zur Neon Pads Woche. Freunde, heute, oder beziehungsweise die Woche, werdet ihr ganz viele Neon Pads von mir sehen. Und zwar plane ich eine Neon Pads Woche. Und ihr werdet jeden Tag einen Short von mir sehen, wo ich ein Pad zum Neon mache. Heute beginnen wir tatsächlich mit dem Pads, dem Tukan. Und ich bin schon so gespannt, wie der Tukan aussieht. Also, ich hab mir noch nicht angeschaut, wie der Neon aussieht, aber ich bin so gespannt. Und, 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 wie sieht's aus? Wow, der Schnabel und die Füße leuchten. Also, ich bin, muss sagen, ich finde den ziemlich cool. Und, oh, Freunde, guck mal, wie cool er aussieht. Und, Freunde, ihr wisst ja, meine Lieblingstiere sind ja Vögel. Und ich liebe, ich liebe jede Vogelart. Also, oh, die sind so cool. Okay, Freunde, das war's mit dem ersten Shorts von der Neon Pads Woche. Welches im Pad morgen als nächstes zu nähern kommt, das werdet ihr natürlich, wie gesagt, morgen sehen. Bis dann, tschüss.